Aber trotzdem würde ich das ungern jetzt alles doppelt und dreifach erforschen. Ich bleibe erst mal bei Bob, was die Roboter angeht, und dann ist gut. So, was erlaubst du noch? Minijerry 8. Ja, nee. Bessere Fließbände. Nö. Oh, Capacity 100. Das ist schon mal ganz ein Schnack weiter. Wobei diese High-Pressure-Dinge, die wir bei Yuki haben, die haben zwar keine so hohe Kapazität, aber ich denke, sie werden das schneller durchpumpen können als die Dinger hier. Nö, ich lasse die Finger weiter von Dytec. Hm, ich hätte gerne... Nicht ernsthaft. Ja, fällt auf den Chip draufklicken, wenn man Chips bauen will. Da ist schon mal das neue Kabel. Das ist das dritte Bob-Kabel, was ich in einer der Aufräumfolgen erwähnt hatte. Da hatten wir unten die Tint-Copper-Wire automatisiert und ich habe mir überlegt, welche Kabel wir noch so brauchen. Es gibt einmal noch die Insulated-Wires. Das sind einfach nur Tint-Kabel mit Isolierung drumherum. Und dann gibt es hier noch die goldenen, die wir brauchen für die Sachen. Oder? Nur für die CPUs. Und die CPUs brauchen Schäfelsäure. Ja, okay, es wird auch auf die Platinen geätzt. Irgendwie so ist das doch in real life. Ja, das auf jeden Fall erforschen, weil sonst bringt uns das gar nichts, wenn wir blaue Chips herstellen können, wenn wir nicht deren Komponenten vorher herstellen können. Also go. Was haben wir noch? Ein MK2. Den machen wir zu einem MK3 und lassen wir frei. Munitionen habe ich noch. Was? Angriff rechts ist okay. Ja, sonst habe ich gerade gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich bastle denn mal ein paar... Also das ist mal momentan wieder ganz durcheinander, ne? Ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt ein paar von den Speed-Modulen wieder bastle. Oder Produktivitätsmodulen. Die haben wir übrigens auch noch nicht automatisiert. Das könnte ich auch machen, oder? Wir brauchen jeweils ein verschiedenes Zeug. Ich gucke mal ganz, dass die Module ein bisschen weiter an... Ja. Also die MK1 und 2 von den Speed-Modulen brauchen jeweils immer nur die Speed-Circuit-Boards. Das sieht man jetzt unten rechts beim Mauscursor. Müssen wir da unten rechts davon. Zwei Speed-Circuit-Boards. Wenn wir jetzt auf MK3 umsteigen, brauchen wir Speed-Logistik-Boards. Die da. Das heißt, die Speed-Logistik-Boards würde ich dann hier rüber bauen. Das hier sind die Speed-Circuit-Boards. Dann kommen hier drüber die Speed-Logistik-Boards. Und darüber kommt dann die MK3-Version von was auch immer. Sind das nur drei? Speed-Processor-Board. Ja. Processor-Board ist das nächste. Äh, das letzte. Das heißt, drei Reihen hiervon mit der MK1, MK2, MK3-Stufe. Und darüber könnte ich dann anfangen mit Speed-Modul MK1, Speed-Modul MK2, Speed-Modul MK3, MK4, MK4, MK5, sechs, sieben, bis hier oben, acht irgendwo. Genug Platz hätten wir ja. Und das denn jeweils für Speed-Module, Effektivitäts-Module, Produktivitäts-Module und für die beiden wahrscheinlich nicht. Das ist einmal Pollution-Reduktion, einmal Pollution-Erstellungs-Module. Die brauche ich ja nicht wirklich. Aber ja, das klingt gut. Ist eins von euch leer? Nein, natürlich nicht. Kann weg. Kann weg. Dann schnapp ich mir mal einen von den leeren hier hinten. So. Und baue das dann so um, dass wir schon mal wissen, woran wir sind. Die drei sind also für die Zwischenprodukte. Und hier oben wäre das erste Speed-Modul MK1. Ja, gleich. Und Speed-Modul MK2. Ist soweit alles richtig vom Muster her, oder? Immer zwei Kisten, einen frei, zwei Kisten, einen frei, zwei Kisten, einen frei, zwei Kisten, einen frei. Jo. Okay, also du, du stellst bitte her Speed-Modul MK1. Eins deckt nur. Du stellst bitte her, Speed-Modul MK2. Eins deckt nur. So, für MK1 brauchen wir einfach ein Muster. Brauchen wir das Circuit-Board. Wir brauchen das graue Ding, das grüne Ding, das goldene Ding. Graues Ding, goldenes Ding, grünes Ding. Aber jeweils sagen wir mal nur 20. 20. Dieselben brauchen wir hier oben, glaube ich, auch. Nee. Gar nicht. Wir brauchen Gold und Solder. Gold und Solder. Solder kann ruhig mischen. Mehr die Gold-Dinger bin ich mir nicht ganz so sicher. Bleib mal bei 20. Dann brauchst du ebenfalls das Vorgängermodul und den Speed-Circle-Port. So. Du bist beschränkt, ja. Du brauchst die Circle-Ports noch. Zehn Stück. So. Ich mache hier zwischen mal einen Arm. Aber ich mache trotzdem die Kiste weiterhin hier hin. Damit wir für diverse Fabriken eventuell später Aufzug auf die MK1-Version von den Modulen haben. Ah, das klingt gut. Und da kommen schon die ersten Speed-Module. Das geht relativ flott. Schön, schön. Ah, Anrufe hier im Osten. Hier brauchen wir viel mehr Tupas-Türme. Oh, und die bitte setzen. Zack. So. Ja, da kommt meine Armee. Schwarm, Schwarm, Schwarm. Gut. Ähm, was wollte ich da sagen? Oh, genau. Tupas-Türme. Ähm, Okay, also hier haben wir erstmal genug rumgedumpelt, denke ich. Auch wenn ich das eigentlich genau das Gleiche nochmal machen sollte für die rosa Dinger. Ja, das mache ich mal kurz. Also kopiere einfach das da und ändere die Farben. Da und da. Das sollte eigentlich alles sein, was ich ändern muss. Das heißt, wir wechseln das davon blau zu grün. Das davon blau zu rosa. Ja, ja, ähm, okay, ist doch ein bisschen mehr. Grün das, grün das, beschränken, so. Du, weg, weg. Rosa, beschränken, rosa, da und weniger und da. Achso, und die Rezepte soll man noch ändern. Du, nee, du ist grün, zwei. Du wirst grün, eins. Du wirst rosa, eins. Du wirst rosa, zwei. Okay, jetzt die Altlasten noch rausnehmen, die da nicht reingehören. Äh, denn, hier noch. Warum arbeitet ihr jetzt nicht? Weil wir keine grauen Dinger haben. Haben wir graue Dinger automatisiert? Nicht hier unten. Dann nehmen wir doch einfach mal den Platz hier. Der gerade eh für nichts Wichtiges ist. Und machen wir zweimal graue Dinger. Was mit goldenen Dingern? Nur machen wir zweimal goldene Dinger, zweimal graue Dinger. Du stellst bitte hier graue Dinger an. Du brauchst Plastik und Aluminium. Äh, die, 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 Aluminium. Ähm, Plastik. So. Da, 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 da. Okay, Zigarro Dinger werden hängestellt. und, zip, zip. Goldene Dinger dann hier. Die grünen, komischen, von derselben Form wie das da, die brauchten die Ferrox-Solution, deswegen kann ich das nicht hier unten aufbauen. So, Gold, Gold, wir brauchen Gold und Kupfer. Goldbarren, 20 Stück und Kupfer ruhig ein bisschen mehr. Schiff rechts, schiff links. So. Das sollte jetzt alles so weit laufen, bis es fertig ist. Alles gut beschränkt. Sehr schön. Gib mir mal 16 Speed-Module. Muah, ha, 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 ha. Schön, 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 schön. Also haben wir hier, na, Akkus sind immer noch so ein bisschen am Knausern. Steam Powerplans mucken ein bisschen rum. Also okay, wie viele Solo-Panels haben wir? 100 grüner. Okay, machen wir weiter mit der Abreißaktion hier. Das bitte alles weg. Das bitte alles weg. Und ersetzen durch grün. Ja, schade, dass es mit dem Upgrade-Planer da ein bisschen buggy ist. Das würde das ein wenig beschleunigen. Nicht so wirklich viel, aber, ne? Ein kleines bisschen. Oh nein, das ist falsch. So. 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 Und jetzt kümmere ich mich um die Jobastelle. Das wollte ich eigentlich schon, ne? Vor kurzem machen, als mir das hier aufgefallen ist. Aber das vergesse ich immer recht schnell, sowas. Also, wir brauchen erstmal Lasertöne, die wir eventuell noch auf Vorrat haben. Anger von rechts. Da. Davon hätte ich gerne welche auf Tasche. Damit bauen wir dann die. Die brauchen jede Menge Zeug. Also Gold, Zink, Silber, Katzefeier. Okay. Ähm. Gold. Zink. Silber. D-d-d-d-d. Katzefeier. Und Raw Saff... Nein, können wir gleich überspringen. Alles gut. Ähm. So, und dann... Kat Topas und Raw Topas. Mach mal den weg. Den weg. Raw Topas. Kat Topas. Jetzt sollten wir alles haben. Und anscheinend sind keine Lasertürme im Netz. Das heißt, ich baue erstmal davon so einen ganzen Stapel. Gut. Damit ist das Spielercrafting weiter ausgelastet. Und ich kann mir überlegen, was ich jetzt noch mache. Das da unten könnte aufgefüllt werden. Müsste ich aber auch erstmal anfordern. Aber vordere mal an. Vordere mal. D-d-d-d-d. Das da an und baue ein. Warte, begonnen. Mach das da weg und mach die dann hinten wieder ran. So. Nur eine Kleinigkeit, aber hey, was soll's. So, das Ding ist immer noch auf der Abschlussliste. Guckt euch das mal an. Das wird bald ein Relikt sein, das Teil. Ach so, was den Atomreaktor angeht. Also, es gibt von Yoki nicht direkt einen Atomreaktor. Es gibt etwas, was ähnlich komplex ist. Sogar noch komplexer. Deswegen hat mir Mod-Auto mir davon abgeraten, das jetzt direkt in den Let's Play zu machen. Weil es ein wenig zu kompliziert und zu frustrierend sein könnte. Und da vertraue ich ihm mal. Das heißt, das lassen wir. Es gibt von einem extra Mod einen Atomreaktor. Den müsste ich erst erforschen. Das wäre dann hier dieser Uranium. Das da. Das da alles ist der Atomreaktor mit Subkomponenten und Zwischenschritten und was weiß ich. Werde ich allerdings auch nicht machen. Erstmal. Das heißt, wenn das mit den Solar Panels und Akkus weiter so gut läuft, dann wird der komplexe Bereich hier einfach komplett abgerissen und dann ist gut. Der komplette Bereich, nicht der komplexe Bereich. Wirklich komplex ist der eher nicht. Das Backup-Ding da unten kann ich eigentlich auch abreißen. Das ist hier jetzt alles verbunden über die Aux-Stations. Ne. So, was noch? Ach, kurzer Überblick. Oh, Eisen. Ja. Das war abzusehen, dass das irgendwann kommt. Dass wir mit Eisen und Kupfer langsam Prolieren bekommen, weil ich ja immer, immer mehr Fabriken baue. Aber nicht immer, immer mehr Schmelzöfen und Erzreplikatoren. Das heißt, fordere mal äh, ne, nicht hier. Ach, wo waren die Applikatoren? Hier. Die Vierer haben wir schon, oder? Ne, wir haben nur die Zweier. Das sollten wir demnächst erforschen. Wenn nicht sogar jetzt. fordere die mal alle an und erforsche bitte die nächste Replicator-Stufe. 200 Ein-Konduits. Ja, das ist teuer. Das ist richtig. Die Dinger zu bauen ist auch teuer, aber dafür sind sie doppelt so stark. Research. Und dann erweitern wir hier einfach unsere Replicator-Ecke und stellen dann da direkt die Eisen- und Kupferplatten her, weil wir langsam dekadent genug sind. Warum fehlt da eine Ecke?